Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Film geht es um Methan, Molekül und Hybridisierung. An Vorkenntnissen solltet ihr folgendes mitbringen. Ihr wisst, was Atome und Moleküle sind. Ihr kennt euch aus mit Atomorbitalen und Molekülorbitalen. Der Begriff der Elektronenkonfiguration ist euch bekannt. Ihr wisst, was Valenzelektronen sind. Ihr kennt das Wesen der kovalenten Bindung. Die Begriffe Mo-Theorie und Vb-Theorie sagen euch etwas. Ihr wisst, dass die Überlappung von Atomorbitalen zum Molekülorbitalen führt. Das Ziel des Videos besteht darin, euch eine eingängige Erklärung für die Tetraederstruktur des Methanmoleküls zu liefern. Der Film ist in sechs Abschnitte unterteilt. Erstens Struktur. Zweitens die Elektronenkonfigurationen. Drittens die Valenzelektronen. Viertens Hybridisierung. Fünftens endlich ein Tetraeder. Und sechstens Zusammenfassung. Erstens die Struktur. Methan hat die Summformel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause. Und dann bitte die Faberze. Vielen Dank.